Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Darkkiller und weiter geht's mit Metro Exodus. So meine Freunde, ich bin da jetzt nochmal zurück, weil es nicht alles sein kann. Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz fertig, weil ich hab da jetzt alles mögliche durchgeschaut. Genau, da haben wir was vergessen, deswegen geht's da einfach auch vorne nicht weiter, weil sonst bin ich ja am gleichen Ort wieder, wo ich am Anfang war. Und deswegen bin ich jetzt nochmal da retour gekommen und dann aktivieren das Ganze noch. Okay. Wahrscheinlich muss ich, kann ich da nochmal zurück. Die Glocke nochmal läuten. Kann das sein? Mal wieder zurück und die Glocke läuten. Ich glaube, das lockt den Fisch dann an. Ja, das ist für unser Ausgang. Reicht denn nochmal läuten? Ich lade mal lieber kurz einen letzten Speicherpunkt, einen letzten Checkpoint. Mal schauen, ob wir jetzt nochmal, ob ich die Glocke jetzt nochmal läuten kann. Ich dachte, können wir den Zarfisch noch damit anlocken? Wenn nicht, dann gehen wir einfach da auch direkt raus. Ich glaube, ich hab davor den Ausgang verpasst und eine viel zu große Runde gemacht. Normalerweise sollte der Fisch noch angelockt werden, aber das hätte ich auch im letzten Video noch probieren können. Da habe ich den Mechanismus da übersehen und bin weitergegangen. Mal schauen, wie weit mich das Ganze zurückwirft. Okay, ich bin wieder da. Okay, der Mechanismus ist trotzdem schon ausgelöst worden. Alles klar, kann ich mich anscheinend nicht nochmal auslösen. Gut, dann... Musst du Fisch eben warten, da was zum Lesen. Eine Notiz. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach da raus. Wenn das unser Ausgang ist. So, vielleicht zumindest. Da ist lang genug drinnen. Ja, gibt's doch nicht. Unser Ziel ist noch da in der Nähe. Muss ich da trotzdem noch weiter. Habe ich da was übersehen? Ja, also wir müssen wahrscheinlich noch einen Fisch noch. Der muss noch dran glauben. Aber wäre gut zu wissen, wie ich das Ganze nochmal auslösen kann. Was haben wir denn da? Okay, nichts Relevantes. Ich hoffe nur, dass ich nicht da den ganzen... ...Checkpoint wieder laden muss. Und wirklich ein älteres Spielschirm laden muss. Nur um die scheiß Glocke nochmal zu läuten. Kann ja normal nicht sein. Mal schauen. Wieso kann man den Mechanismus nicht nochmal auslösen? Das irritiert mich nur etwas. Okay meine Freunde, ich glaube ich schaue da, ob ich noch wirklich ein älteres Spielschirm laden kann. Das dann was ausmacht. Das ist eine andere Frage. Gut, dann würde ich sagen, ich versuche mal einen älteren Spielschirm zu laden. Mal schauen, ob wir den Zarfisch noch kriegen. Weil viel mehr gibt es da jetzt nicht. Da wir den Mechanismus jetzt nicht nochmal auslösen können. Hätte ich da... Eigentlich davor, wo ich die Logik geläutet habe, hätte ich da... ...Mechanismus noch aktivieren sollen. Gut, ich versuche das Ganze dann nochmal, ob ich noch einen älteren Spielschirm laden kann. So, weiter geht es am gleichen Ort. Ich habe das Spielschirm nochmal neu geladen und weitergespielt. Ich bin genauso weit, wie wir jetzt davon. Mal probieren, ob wir da wirklich einen Fisch auch endlich kriegen. Ich brauche kein Fernglas, sondern... Genau, das ist ja unser Ziel. Mal schauen. Am besten zuerst die Glocke jetzt läuten. Damit der Zarfisch erscheint. Genau, und die Fallen nacheinander auslösen wahrscheinlich. Ja, da kommt der schon. Und das noch. Wow. 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 Ja, nice. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft, meine Freunde. Jetzt haben wir es geschafft, zwar mit mehr Anlauf und Trophäe habe ich auch schon erhalten. Wunderschön. Was haben wir denn da? Alles looten. Gut, Missionsziele erfüllt wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch raus da endlich. Endlich raus aus dem grausigen Sumpf oder was das immer sein sollte. So, hat das jetzt ausgereicht? Ist unser Quest erfüllt oder immer noch nicht? Okay, da war ich drinnen davor. War ich da eigentlich schon? So, schnell mal die Maske aufsetzen. Ja, da bin ich doch hergekommen. Ich rübergekrochen. Mich irritiert nur, wieso unsere Mission immer noch nicht erfüllt ist. Wollte wir den scheiß Fisch endlich haben. Ist da jetzt vielleicht nochmal... Ja, jetzt auf einmal geht es da raus. Davor konnte ich da nicht rein. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Mich interessiert es nur, was ich da jetzt speziell machen muss. Da jetzt noch weiter geht. Aber jetzt ist mal... Äh... Zarfisch endlich weg. Vielleicht geht es jetzt auch da irgendwo weiter. Oder wir müssen noch ein Fisch noch fangen. Oder wir müssen da noch was spezielles machen. Wir müssen noch ein bisschen... Ich glaube, ich finde es... wirklich überfordert ob ich das noch mal rausgehen soll komplett oder habe ich da noch was vergessen ich will am besten dass ihr dann nichts verpasst im video deswegen schaue ich noch mal jetzt zurück ob da noch was zu machen ist dass ihr da wirklich nichts verpasst ein scheiß fisch ist in nummer da können wir nicht normal nichts mehr ausrichten normal was ist in diesem spiel schon normal und alles gluten ja dann gehe ich da wohl raus haben wir da noch was ist ein versteck etwa hier irgendwo geht es da überhaupt weiter also wenn der sich da jetzt wirklich versteckt hat ok da gibt es keinen weg da muss doch etwas sein das war ja nicht alles umsonst oder ja wohl na endlich meine freunde freut mich dass du erleichtert bist und wir natürlich auch dass ich da endlich draußen sind meine freunde und hast du die motor regine jetzt solltest du dich zum depot begeben was aber gut auf dort gibt es ein paar zwielichtige gestalten ziemlich viele sogar naja falls es probleme gibt weißt du ja was zu tun ist auch zwielichtig ist gut es ist wirklich gut so war doch nicht alles geht es dann noch die richtung weiter ja da geht es noch weiter da geht es noch zu unserem ziel wie es aussieht ja wir sind richtig unterwegs es ist doch der gleiche rot ich habe da wahrscheinlich etwas vergessen da hundertprozentig noch etwas ja da endlich dafür der ganze aufwand dafür der ganze aufwand so war es das jetzt so war es das jetzt weiter zurück ja jetzt geht es weiter wie ich es hat nur etwas ich funktioniere mit dem spiel anscheinend im pack oder so aber jetzt geht es auch direkt weiter jetzt können wir endlich ist zugwagon zurückfahren ist doch ganz gemütlich und ruhig keiner greift uns an macht doch spaß einen zugsimulator da rein könnte ich mich echt gewöhnen daran könnte ich mich echt wirklich gewöhnen so sind wir am ziel ja wir sind am ziel meine freunde gut da haben wir eine neue aufgabe dann würde ich sagen machen wir das ganze dann auch direkt dann im nächsten video da weiter ihr werdet da nichts verpassen so da gehe ich noch kurz rauf da können wir uns ausruhen gut meine freunde dann vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video bis zum nächsten Video Vielen Dank.